Musik Vom 21. bis 26.01.2008 fand im Wannsee-Forum Berlin das dritte Kulturforum der Bettina-von-Arnim-Oberschule statt. Unter dem Motto Feuer nahmen künstlerisch interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe teil. In der malerischen Umgebung des Wannsee-Forum hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern sowie mit Künstlern intensiv kreativ zu arbeiten. An jedem Morgen gab es ein von Schülerinnen und Schülern selbst geplantes und durchgeführtes Plenum. Es gab insgesamt vier künstlerische Werkstätten, Trickfilmanimation, Analogfotografie, Malerei und eine Kombinationswerkstatt aus Performance- und Videodokumentation. Die Animationsgruppe erstellte mehrere Kurzfilme, die das Thema Feuer sehr metaphorisch umsetzten. Nach dem Fotografieren der Einzelbilder mit Digitalkameras wurden die Bilder am Computer zusammengefügt und mit Musik unterlegt. Wir versuchen jetzt gerade unseren Bildausschnitt festzulegen, dass wir dann nachher die Fotos machen können. Wir haben das Thema vorher mit einer Sex-Szene umgesetzt. Von B-Bahn. B-Bahn, ja. In Bad Ormond sieht nichts. Ja, unsere Geschichte geht daran, dass eine Frau geht zum Date. Der Mann kommt aber zu spät, es fängt dann zu regnen. Sie wird ganz wütend und ganz am Ende kommt der Mann, sie schreit ihm an und kocht ziemlich verwutten. Dann versöhnen sie sich. Die Analogfotowerkstatt entschied sich für eine gegenständlichere Umsetzung. So wurden diverse Fotos von Feuer und von Gegenständen, die mit Feuer in Verbindung standen, gemacht. Sie wurden dann später im Fotolabor entwickelt. Wir machen eigentlich alles, was wir wollen. Wir dürfen eigene Vorschläge einbringen, Ideen verwirklichen. Macht eigentlich ganz viel Spaß. Wir haben natürlich erstmal ein Brainstorming gemacht. Und jeder hat so Gedanken dazu geäußert, was ihm dazu eingefallen ist. Und jetzt so durch den Prozess sind halt verschiedene Sachen entstanden. Und ja, wir haben ja gerade ein Feuerchen gemacht hier draußen am See. Und ja, da haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit. Und mehr wird nicht verraten. Guten Tag. Die Malwerkstatt widmete sich dem Thema Feuer impressionistisch und arbeitete mit experimentellen Methoden. Also wir sind erstmal natürlich die allerbeste Gruppe hier und total feurig. Und wir Werkstattleiter sind total feurig und unsere Teilnehmerinnen auch. Und so werden wir das Thema umsetzen. Wir haben hier halt unsere Farben und jede Menge, ich werde gerade ganz feurig in mir sichtmärkig, jede Menge Schnüre. Macht jeder, wie er möchte. Also man fängt halt an, das alles zu grundieren in einer Farbe. Und dann klatscht man da einen Schwamm oder eine Schnur rauf. Die Performance- und Videogruppe erstellte Videosequenzen mit Performance-Einlagen, die zusammen mit einer realen Bühnenpräsentation gezeigt werden sollten. Da in der Performance die Themen der anderen Workshops thematisiert wurden, sammelten die teilnehmenden Materialien aus den Werkstatträumen. Also ich finde es auch sehr interessant, da wir unseren kreativen Adern total freien Lauf lassen können. Beispielsweise unsere Kostüme können wir selbst gestalten. Wir können selbst, unsere Szenen sind selbst ausgesucht durch irgendwelche Gedankensprünge. Und sehr interessant halt mit den ganzen Leuten hier zu arbeiten. Also zu dem Thema Feuer, da habe ich einfach aus meiner Vergangenheit meine Erfahrung einfach wieder geholt. Ja, zum Beispiel zu meiner Szene, als ich vier Jahre alt war, gab es bei meinem Nachbar Feuer, also Feuerbrand. Ja, damals wusste ich gar nichts davon und meine Mutter hat es erzählt, dass es Feuer ist. Während des Projekts wurde zudem eine offizielle Vereinbarung zwischen der Bettina-von-Arnim-Oberschule und dem Wannsee-Forum unterzeichnet. Zum einen freut es mich ganz besonders, dass wir heute eine Kooperationsvereinbarung mit der Bettina-von-Arnim-Schule schließen. Wir sind eine Schule mit musisch-künstlerischem Schwerpunkt und arbeiten dankenswerterweise mit dem Atrium zusammen und eben auch schon sehr lange mit Ihnen. Schule ist ganz, ganz stark interessiert, sich zu öffnen und unsere Schule eben ganz besonders. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Haus seit drei Jahren benutzen dürfen und dass wir dieses Haus mit dieses wunderbare Ambiente als Anregung nutzen dürfen für künstlerische Arbeit. Werte Schülerinnen, werte Schüler, mein besonderer Dienst an euch, aber natürlich auch an die Gäste. Wir haben ja heute fast den vorletzten Tag und der vorletzte Tag wird ein bisschen der Präsentation gewidmet. Auf die Fotowerkstatt möchte ich euch nochmal begrüßen und wir fühlen uns geehrt, dass wir anfangen dürfen. Hallo, also wir die Malergruppe möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen. Musik 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 Musik